Es scheint unmöglich, bis du es machst. Diese Botschaft bildete das Fundament der heroischen Hornbach-Herbstkampagne. Der handwerkliche Kontext im Spot wurde um relevante gesellschaftliche Aspekte erweitert, in Form einer überlangen To-Do-Liste. Spektakulär inszeniert an einer riesigen Hauswand, die Tag für Tag einen Neuigkeitswert bietet. Eine To-Do-Liste ist nie in Stein gemeißelt. Sie lebt, verändert sich. Daher ließ Hornbach über ein flexibles Storytelling-Mural die Liste über sieben Tage wachsen. Hochwertiger Videocontent hielt die DIY-Community am Laufenden. Ein innovatives Social-Media-Konzept machte sie zum Teil des Projekts, denn sie bestimmten die Punkte an der Wand aktiv mit, während der Entstehung. Agilität und jederzeit freie Sicht auf das Mural wurden dadurch unverzichtbar. Die Lösung? Ein absoluter First-Mover in Deutschland. Albert, ein innovativer Outdoor-Mural-Roboter. Die Aktion sorgte für Interesse und Interaktion. 70.000 Macher nutzten aktiv ihr Mitspracherecht. Bis zu 800% mehr Engagement als bei allen vergangenen Posts von Hornbach mit dieser umfälligen Mechanik und View-Through-Rates bis zu 4,75 Mal höher als die Benchmark. Unter dem Strich einer der erfolgreichsten, besten, interaktionsstärksten Ach-Massag! Kommandai-I-I-E-P-I-P-A!